Musik So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pechkeks Grausige Weihnachten, der Adventskalender und es geht ans Türchen Nummer 18, es geht in die heiße Phase Heiß, ne? Im Winter heiß Das ist wieder mal Aber wir schauen mal, was heute hinter dem Türchen verborgen ist Die 18 befindet sich nämlich hier unten Bäm, und was ist das? Soll das eine Katze sein, ne? Ach, ist das eine süße Katze Und die beißt in ein Stromkabel Jetzt machen wir mal die Tür auf Auch das noch Hey, legen es wieder hier hin Ihr könnt die Prozedur einmal abgestellt Umgedreht Ja Der Keks muss raus Hier alles schön vollgekrümelt, hingeschissen Einmal öffnen bitte Und dann schauen wir mal, welcher Spruch sich heute hier verborgen hat Was bist du denn für ein Vogel? Du kannst ja nicht mal fliegen Hm Das sind so billig Punchlines Die hätte ich früher immer in meinen Battle-Runden verwendet Was bist du denn für ein Vogel? Du kannst ja nicht mal fliegen Aber gut Ich mache ja schon lange nichts mehr Leider Viele sind da sehr traurig Aber die meisten freuen sich natürlich So wie ich Über diesen Keks Den ich jetzt wieder essen werde Dann Um immer zu laufen So interessante Leute da unten vorbei Da muss ich immer zu raus gucken Gleich geht es auch wieder ab zum Raid Doppel Raid Cresselia Pokémon Go Ihr wisst Bescheid Aber wir sehen uns morgen wieder Beim Türchen Nummer 19 Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis dahin